Ja, die nächste Programmvorschau am Start. Ich weiß nicht, wie viel oder die wievielste das jetzt mittlerweile gewesen ist. Ich war gestern auch ziemlich involviert mit einem Filmchen und dann kam der Stefan und den kennt ihr ja, den Dematria Stefan, kam dann über Discord rein und da habe ich gedacht, ja gut, wenn ich dann den Hauptfilm, in Anführungszeichen Hauptfilm mache, dann kann ich ihn ja mal fünf Minuten da mit unterbringen, weil ich so das Gefühl hatte, ja, da liegt was auf dem Herzen oder drückt was auf dem Herzen und dann wurde daraus auch wieder eine ganz super Kommunikation, ein super Gedankenaustausch, eine super Sache an sich, so dass dann gestern, genau, und was haben wir heute, dass ihr das nochmal auf dem Schirm habt, am 9.12., dass ich am 8.12. war das mit dem Stefan, dass ich gesagt habe, gut, dann lasse ich jetzt mal das eigentlich Geplante jetzt erstmal ein bisschen hinten liegen Deswegen wird das nächste Video einfach quasi doppelt so lang oder sonst was, weil ich da noch Aufbearbeitungsbedarf habe Aufbearbeitungs, 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 naja gut, ist egal, wie das jetzt heißt Und ja, da seht ihr jetzt auch mal tatsächlich, wie der Stefan, der Gematria Stefan jetzt tatsächlich ausschaut Ich fand's, ich fand's eine ganz tolle Unterhaltung und ich liebe das, ich liebe das, wenn ich mich mit Menschen, egal wie alt, egal welches Geschlecht, mich austauschen darf und das hat dann eben immer die oberste Priorität Insofern, freut euch drauf und könnt ihr dann schauen bei VK, bei BitChute, bei Rumble, bei Odyssey, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren Ab in die Browserzeile, ja, und dann vielleicht bis gleich, tschüss Ab in die Browsert Untertitelung des ZDF, 2020